Gottes Willen, ey. Lass mich doch... Alter. Ja. Was ist denn aus der Suche nach Infos geworden? Und Überlebenden. Und Überlebenden. Schienenraum. Machen Sie euch das an. Das ganze Deck steht unter Wasser. Scheiße. Ich glaub, das Wasser steigt. Seht auf der anderen Seite der Tür. Rein da, schnell! Hallo, hier! Hier unten! Das Wasser steigt! Rechts uns doch hoch! Das ist der Salzgeweg raus hier! Keine Angst! Wir holen euch von euch da raus! Zur Seite, Maria! Du beschweißt! Schieß es auf! Die sind bereits tot. Gehen wir. Einen Scheiß tun wir! Wir lassen sie nicht zurück! Selbst mit dem Schweißgerät würde das ganze neun Minuten dauern. Wenn das Wasser weiter zu steigen, sind sie bis dahin längst tot. Bleiben hier! Das ist ein Befehl! Du hast Garrison gehört! Mann, fick dich! Halte durch, Leute! Nein, alles nicht! Scheiße, Irish! Bleib cool! Tut mir leid! Oh, Mann! Gehen wir! Los, los! So ein Wichser! Ja, das zahl ich ihm ein! Den hol ich mir! Becker! Wir müssen los! Sie haben uns ja eingesperrt! Bitte lasst uns nicht hier und sterben! Wer hat euch eingesperrt? Sie haben uns hier gelassen! Keine Ahnung warum! Sie haben die Rakete in Schild geschossen und es dann geändert? Das ist doch sinnlos! Eckart! Wir sollten weiter! Ich will hier nicht sterben! Nein! Bitte! Sag meiner Mann! Sag meiner Mann! Ich kann doch noch nicht sterben! Nicht in diesem Raum! weiter! Bringen wir sie hinter uns! In wenigen Minuten geht sie unter! Bringen wir sie hinter uns! In wenigen Minuten geht sie unter! Auf Zeit! Zurück zur Valkyrie! Ja, stimmt! Entkommen sie von der Titan! Okay, dann mal los! Ja, das geht los hier aber doch! Oh, ich bin wieder blind! Ja, ja, hab ich in dieser Zeit gefällt! Förderst, das geht los! Ach doch! forty will ich Wen applbeizeit 35! Kog� Oh Scheiße Scheiße Und die Titanic bricht Wow so ein Scheiß Kack Metall älter Scheiß Metall Kack Piss Kack Piss Kack Piss Oh Mann wo was hier ist jetzt brauche ich präsentionsgewehr nee manchmal lieber andersrum so wo scheiße nirgendwo ist man sicher ja 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 Geh'un! 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 Alter! Ich kann nirgends wo bleiben. Die anderen werden nie angeschossen. Immer alle auf mich. Ist unfair. Verdammt! Alter! Da wird das Teil 2 von Sisgons... Äh, Dings. Geh'un! 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 Mach' sie kalt! Hallo! Alles klar, der Kalle macht ja mehr! Verleckt mich! Wo bin ich'n jetzt, Alter? Weg! Weg! Fund loudly! Steier Juni! Thief in die Zeit, Alter! 다시 zu ger farmer, lenient in der Vertawiung sch persones! Was für ein Kack. Ist mir scheißegal, wie ihr so lange gucken müsst. Das müsst ihr jetzt ertragen. Räume. Was ist das? Bleib frei. Kein Atemus warten. Untertitelung des ZDF, 2020 Kopfschuss! Bang, Alter! Oh, bastard! Fast up, crack up! Ich muss nochmal drücken. Ich muss nochmal Muni holen. Geht ganz schnell. Gut, jetzt können wir mal. Geht ganz schnell. 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 Oh, Sanker! Wenn ich es nicht mal wegfahren würde. Ja, ganz schöne, hübsche Waffen schalten ich hier gerade frei. Abstand hier vom Boot, Alter. So, schneller, du kleines scheiß Boot. Scheiße, zweitlicher Heli, wir haben ja noch fertig was. Und wo? Oh! Oh! Oh!